Geringe Transparenz, niedrige Planbarkeit, wenig Kontrolle sind tägliche Herausforderungen des Supply Chain Managements und des globalen Handels. Doch was wäre, wenn es eine bessere Lösung gäbe für den Warentransport, die Zollabfertigung und fundierte Entscheidungen zu ihrer Supply Chain? Wir bei Flexport haben diese Lösung. Flexport ist ein zuverlässiger Spediteur und Zollagent für bereits mehr als 10.000 Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt. Von der Handelsberatung über die Einhaltung von Zollbestimmungen bis hin zur Sicherung der Frachtkapazität. Wir helfen Ihnen bei der Entwicklung einer effizienteren und kostengünstigeren Lieferkette. Auf unserer digitalen Plattform können Sie Ihre Sendungen transparent vom Ursprung bis zum Ziel verfolgen. Hier können Sie alles über ein zentrales, personalisiertes Dashboard verwalten, welches Ihnen die benötigten Einblicke ermöglicht und aufzeigt, was Ihre Aufmerksamkeit besonders benötigt. Sie wollen die wichtigsten Daten unkompliziert und auf einen Blick einsehen? Dann nutzen Sie unsere frei wehbaren Texts und erstellen ein personalisiertes Dashboard. Fügen Sie zum Beispiel einfach Tags für POs, SKUs oder neue Produkte ein und filtern und priorisieren Sie Ihre Sendungsdaten unkompliziert anhand der verwendeten Tags. So können Sie gut informierte Supply Chain Entscheidungen treffen und wissen dank der zuverlässigen Sendungsverfolgung genau, wann Ihre Ware eintrifft. Dadurch können Sie Ihre Produkte bereits vor der Lieferung verplanen. Nutzen Sie umfangreiche Daten zur sendungsgenauen Auswertung Ihrer Einstandskosten, Containerauslastung und CO2-Emissionen. Unterstellen Sie im Handumdrehen benutzerdefinierte Berichte für strategische Anpassungen innerhalb Ihrer Lieferkette und künftige Sendungen. Mithilfe Ihres individuellen, personalisierten Dashboards können Sie alle Akteure Ihrer Lieferkette auf dem Laufenden halten. So arbeiten Sie, Ihre Lieferanten und Partner sowie Ihr Flexport-Team gemeinsam auf einer zentralen und komfortablen Plattform. Verabschieden Sie sich von unzähligen Excel-Tabellen und E-Mails und sparen Sie wertvolle Zeit. Flexport. Wir verbinden, was für Sie wichtig ist, auf einer einzigen, sicheren und cloudbasierten Plattform. So wird globaler Handel einfach, transparent für alle.